Hallo, willkommen zurück, ich bin Brackett, das ist Johnny, der Chef der Tonks. Wobei, dass es mehr Vergangenheitsform ist, er war der Chef der Tonks, weil die Tonks sind alle tot. Ihre Leichen liegen entweder im Massagesalon oder in dem Warenhaus von Zhao oder hier unten. Ein Stockweg unter mir. Ups, Entschuldigung. Beruhig dich da einfach mal. Ich suche Barabbos. Ich bin ein, ich bin ein, nein, ich bin kein Federal Agent. Nein, ähm, ich frag dich nur noch einmal. You'll find out. You're dead, asshole. What the fuck? I shot you. You're dead. Ja. That's exactly it, Johnny. It is dead. It's quite difficult to kill something that's already dead. And I assure you, it's not worth the best. The bullet entered cleanly through the lower abdomen. Hm, du hast mir in den Bauch geschossen, du Sadist. Normally, a bullet of that caliber would likely ricochet and tear up the small intestine. But as you can see, it exited cleanly through the back with little external bleeding. The reason being, its internal organs have atrophied. Ach ja. Der Kerl im Fernsehen weiß anscheinend, dass ich ein Vampir bin. Das heißt, ihr müsst alle sterben. Alle beide. Für dich komm ich später. Dich komm ich holen. Komm, Jimmy. Jimmy. Nee, Johnny heißt der ja. Oh. Awww. Du hattest ihn, nicht du? Es ist Teil des Kodes der Erkrankung, die deine Tränen, so zu sagen. Und bevor du mich versuchst, zu beurteilen, solltest du wissen, dass ich deine Heep-Signatur monitoriere. Durch die Temperatur. Uuuuh. Okay. Wer bist du? Ich muss auch meine echte Identität protesteren. Du kannst mich als Mandarin referieren. Du bist für einen von deinem Kind, ich verstehe. I have him at my facility. Come to the Fu-Syndicate-Building. We will discuss Terms of Release. Ah, okay, ich komme. Chinatown ist in der Hinsicht relativ angenehm, weil ihr habt vielleicht schon, oder du hast vielleicht schon gemerkt, wo auch immer ich hingehe, ich töte einfach alles. Und das Fu-Syndikat-Gebäude ist keine Ausnahme. So, nochmal wegen Spaltschaden. Ich glaube, es gibt keinen. Der DJ hat langsam gemerkt, dass hier etwas falsch ist, oder? So langsam. Sterbt! Alle sterbt! Eigentlich sollte ich die am Leben lassen, damit ich hier reingehen kann, falls ich Blut brauche. Andererseits habt ihr alle gesehen, zu was ich fähig bin. Das heißt, ihr müsst sterben. Sorry. Und ich habe die Menschlichkeit, dass ich das machen kann. Nämlich keine. Durch den Hintereingang rein, durch den Vorderausgang raus. So funktioniert's. Alle tot. Fu-Syndikat-Gebäude. Fu-Syndikat-Gebäude. Dämlicher Name für ein Syndikat. Aber hey. Hier ist nichts passiert. Ich bin nicht voller Blut. Das ist rotes Leder. Was gibt's hier noch zu tun? Es gibt hier eventuell noch ein paar... Es gibt noch eine Nebenquest, die wir machen können. Die ist auch sehr unterhaltsam. Die werden wir jetzt machen. Es gibt hier nämlich zwei... Ja, leg dich bloß nicht mit mir an. Es gibt hier zwei alte Männer, die einen klitzekleinen Streit miteinander haben. Kamikaze Zen wäre übrigens das Gebäude, wo uns Midnix, also das Nosferatus-Quest, hingeführt hätte. Mit den Computer-Hubs verschrecknet. Wären wir nicht machen können, weil ich die Quest nicht geschafft habe. Die vorhergehende. Oh, schau, wer das ist. Du hast das schon von mir gehört. Geld? Ja, ja, permanent. Wie schmerzhaft und Dreck. Also und... Ja, wie toll. Also wie schmerzhaft hättest du es denn gern? Ich liebe das, wie du denkst. Hör, du kannst nicht glauben, und ich bin nicht interessiert, aber ich bin der Nr. 1 Hitman für die China-Mafia-Mafia. Sie nennen mich, Ji-Wan-Ja, Travel Agent für Underworld, weil ich so viele Leute dort sende. Ja, ich bin der Nr. 1 Hitman für die China-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia-Mafia. Einfach genug, ja, verstehe ich komplett, was du willst. Tja, das ist ein guter Deal. Auf geht's. Hey, ich mag, was du mir über den Lou erzählst. Das klingt nach einem guten, guten Kerl. Ja. Dann wollen wir mal sehen, was der für sich selbst zu sagen hat. Schauen, immer noch Ash Rivers. Ich hatte nichts damit zu tun, nein. Absolut nicht. Gucken wir mal, was der alte Mann uns zu sagen hat. Man kann die Quest für beide machen. Das ist vielleicht schon, uh, habe ich zu viel weggegeben. Jeder will den anderen tot haben. Und das war der Mann auf dem Klo. Was machst du da? Gute Güte, siehst du all da aus und eingefallen. Stimmt aber. Ja. Sie? 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 Ah, also er ist gegen den Verfall der organisierten Kriminalität. Du bist kaputt, Mann. Du bist Lufang, okay. Du hättest gerne wirklich organisiertes Verbrechen anstelle von nur Verbrechen. Für die Tong? Wunderbar. Ich kann dich beruhigen, es gibt keine Tong mehr. Die sind alle tot. Scar-Head, Scar-Face meinst du? Super. Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Also, was machst du nun, außer hier am Klo stehen? Bartender? Bartender? Ah, ich weiß genau, worum es geht. Warum kann ich das einfach noch nicht sagen? Bartender, du brauchst zwei Schläge, um zu bekommen. Lufang hat nur eine Schläge. Ich weiß, ich weiß auch, wo der andere Schlüssel ist. Ja, ja, damals war Mord viel, viel besser auch. Wie, wie, wann war das? Okay, was ist dann passiert? Tja, keine Ehre unter Dieben. Oder Mördern in dem Fall. Ähm, ja, ich hab mit Ji Wen-Zha schon gesprochen. Das ist nicht die Geschichte, die er erzählt. Eigentlich ist es genau die Geschichte, die er erzählt. Ich will eigentlich jetzt genau das sagen. Er hat mir 10% angeboten. To get key from you. So, Ji Wen-Zha will to kill Lufang, huh? Big surprise. Lazy con man, Ji Wen-Zha. You take his word? He fakes. He fakes, big fakes. He la, he no pay you. Get his key for Lufang. Lufang pay you 20%, you see? Lufang. Lufang, your friend. 20%. Haha, absolut. Alright. Go to Ji Wen-Zha in Marketplace. Get key with extreme prejudice. Give you 20%, la. And make this secret. Good hitmen never talk nothing. Die Regel hab ich ja schon gebrochen, indem ich mit dir gesprochen habe. Bye, bye. Shh. I see you all around, quiet man. Haha. Ich bin vielleicht tot, aber nicht still. Das heißt, das geht jetzt hin und her ein bisschen. Ich kann jetzt nochmal mit dem anderen reden und dann... geht's hin und her. Immer 10% mehr. Und ich weiß noch nicht, was ich machen will. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Optionen habe, weil meine Menschlichkeit so niedrig ist. Es gibt natürlich die Option für die... für die gute Option, wo die beiden sich versöhnen. Und man kriegt gar kein Geld. Ich weiß nicht, warum es die gute... Die sind beide böse. Verdienen beide den Tod. Woher ist mein Kino? Genau. Der hat mir 20% angeboten. Was? Lu, ein Lio. Du bringst ihm Kino. Er hat gesagt, was du... Ich weiß nicht, du? Du glaubst nicht, Lu. Du bist dein Freund. Das Geld spricht lauter als dieser B.S. Warte, warte, warte. Ich gebe dir 30%. Du gehst mir Kino, Lu. Ich gebe dir mehr Geld. Ich liebe Lu. Ich liebe Lu. Okay. Bis gleich. Du bist dein Kino 10x besser als Voodoo-Priestes-Kino. Ja, 30%. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die haben vor 35 Jahren Geld bekommen, was damals viel war. Das ist heute nicht mehr viel. Inflation. Es ist wahrscheinlich heute noch relativ viel, aber kein Vermögen, von dem man leben könnte. Die Option, die ich gerne hätte, wäre, ich bringe beide um und nehme beide Schlüssel und hole mir irgendwie das Geld. 30%. Du denkst, Ji Wen-Jah kann 30% bezahlen? Er braucht Geld für Kinderbeet. Du musst ein Comic-Buch in einem Video-Game kaufen. Frag ihm über den Apfel im Bett. Du wirst einen favoriten. Kill Ji Wen-Jah. Ich gebe dir 40%. Heiliger Scheiß. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Wow. Wow. Ah, da ist es. Könnt ihr euch nicht wieder vertragen. Okay. Das hätte ich sagen können, aber, hmm. Warum will ich, dass sie sich wieder vertragen? Das wäre arg komisch. Fragen wir ihn nochmal, ob er mir 50% gibt, weil dann wäre ich quasi wie ein kompletter Partner. Und wenn er mir keine 50% geben will, dann stirbt er. Ja. Guter Plan, oder? Vielleicht sollte ich fragen, ähm... 40. 40. Lou evil man. When he was hitman, he killed women, children, pets. I only kill other men. He have no conscience. Okay. Okay. I hate Lou so much. I give you 50%. Yay! 50%. Okay. Vielen Dank. 50% ist okay. Hälfte. Mal sehen, ob der andere mir 60% gibt. Hahaha. Ja, das ist der freie Markt am Arbeiten. Da die beiden nicht bereit sind, sich gegenseitig umzubringen, oder zu treffen und drüber zu reden, kriege ich 50%. Hey, hallo there again, mister. You find that key I was looking for? Haha. Huh? Okay. Don't listen to more of Ji Wen Ja Lai. Word like poison to bring. Er hat mir aber 50% angeboten. Ji Wen Ja. Slimy like a worm in Spaghetti. He pay you in dagger. Make direct deposit to you in the back. Liu Fang like you. You kill slimy Ji Wen Ja. Doggy kisser. Seller sister underwear. I give you 60%. Ja! Auf geht's. Auf geht's. 60%. 60%. Es geht immer hin und her im Questbuch. Ich dachte, da steht vielleicht so ein lustiger Satz wie Erst hab ich den und den töten wollen. Dann den, dann den, dann den, dann den, dann den. Schade. Das steht nicht im Questbuch. Wollen wir mal gucken, ob ich 70% bekommen kann. Wieso gebt ihr mir nicht einfach beide eure Schlüssel und ich nehme all das Geld? Das wäre einfacher. Dann hättet ihr auch keinen Grund mehr, euch nicht zu vertragen. Where am I key? 60%. You cannot give you 60? You crazy man. You spend all your money on Plum, wine, and cheap beer. I want to use money for orphans. You are not right. I want to give back blood money to community. But you are fine. I give you 70. You'll get blood. Wunderbar. Natürlich, natürlich. Und er will das ja an Weise zurückgeben. Ich würde dieses Geld in Blut investieren. Dieses Blutgeld würde ich direkt in Blut investieren. Denn ich brauche immer mehr Blutbuffs und immer mehr Celerity. Also gebt das Geld mir. Ich brauche das Geld. Das machen wir auch noch. Fertig, diese Folge. Egal, wie lange es dauert. Wenn die Folge 25 Minuten lang geht. Ich würde die Hitman-Quest machen, weil die ist einfach doch genial. Die zwei alten Kerle. Ich freue mich jedes Mal, wenn die einen Satz sagen. Nee, nee. Die Wände sind voll von Haste und Slime. Und Lies. Und Liebe. Du weißt, Schade Liebe. Liebe für die Kinder. Liebe für die Kinder. 80% Lu Fang offert dir. Das ist total lustig. Total lustig. Er ist der bessere Lügner. Anscheinend. Weil ich... Der andere hat so seine... Oh, die Waisen und all der Quatsch. Und der bleibt bei seiner pädophilen Geschichte. Finde ich gut. Das ist eine starke Lüge. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Weil sonst... Sonst müsste ich hier tatsächlich um... Ach, Quatsch. Ich habe drei Menschlichkeit. Das interessiert mich sowieso nicht, was hier passiert. Genau. Muss ich immer daran denken. Ich muss das ein bisschen rollenspielern. Ist mir alles egal. Können wir 90% machen. Okay, ähm... Sorry. Der andere hat mir 80% angeboten. Du bietest mir 80% an. Ich mag dich deutlich weniger als den Betrunkenen. Oh, I give you something for it, not tea. Okay. Vielen Dank für den Schlüssel. Hat anscheinend keinen interessiert. Armer alter Mann. Rennt, rennt. Tja, böser Vampir ist frei. Dann schauen wir mal, wie viel 80% sind. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es sind höchstens... Ach, keine Ahnung. Bei uns wäre das ja sogar noch in D-Mark. Das müsste ich dann erstmal zur Bank bringen. Und die müssen es einschicken wahrscheinlich an die Landeszentralbanken. Und dann würde ich mein Geld irgendwann bekommen in Euro. Hey, hello there again, mister. You find that key I was looking for? Klar. Kein Problem, hier ist er. You make a light decision. For you. Lu Fang all Chinatown. Kids can play in the street again without fear. Ji Wenjia's Headtail come to fitting end. Now you get key. Ja klar, hier, da. Ach ja, warte mal. Geld zuerst. Na, Geld zuerst. Lu Fang, man of word. Hitman follow code of honor. No contract. No phony baloney. I'm a lawyer and judge. Just word, huh? Lu Fang word. Lu Fang get money. Bring back here. You have Lu Fang word. Nee, das reicht nicht. Sorry. Well, you come back when changed mine. You see? Lu Fang not even get mad. I wait many years for this money. Can wait longer than you, for sure. Nein, das glaube ich nicht. Hey, yeah. Two keys together. Feel heavy, heavy with weight of many dollars. Lu Fang gonna get new liver. Bulletproof liver. With Lu Fang initial in gold. Lu Fang back here tomorrow, huh? For your cut. Hmm. Okay, hoffentlich. Sonst hilft dir auch eine Leber aus Eisen nicht. Mal schauen, ob heute schon morgen ist. There he is. Hero to Chinatown. Here, Lu Fang. Happy like clam. Drum clam with fistful of blood money, huh? Here, here. Take money. Take money, hero. Lu Fang pleasure. Ha ha. Wie viel? Na komm. Wie viel? Gib mir money. 960. So. Hausaufgabe für euch. 960 sind 80%. Wie viel Geld war es ursprünglich? Hausaufgabe, ja. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.